die angenehm andere leute zu sehen ich kann ein weiterer jäger in frieden nicht schlecht nicht schlecht auch nicht schlecht wo könnte man jetzt hin da wo ich hin wollte dann mal auf was war das denn so 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 Sieger lasst nichts liegen ich dachte ich könnte Jagdaufträge machen die eh schon wieder kommt was dazu oder ich hab's die ganze Zeit übersehen da muss ich aber echt schlechte Augen halten, ich glaub dann soll's nochmal zum Augen abgehen nach dem muss ich hier hin ganz verdammt an Mist wenn ich das habe, dann geht's weiter hier hin und dann mach ich die scheiß Jagdkrafträger wieder wenn ich das fertig habe, gehe ich endlich hier über die Straße runter das geht echt auf dem Kekse die ganze Zeit da irgendwo hinzufahren wegen irgendwelchen Items aber ich will einfach alles eingesammelt haben also los, Bewegung hört sich behämmert an, aber es ist wirklich so komm mal, vorhin war ich doch auch hier und es war nicht da wenn wir jetzt nach einer Zeit angezeigt weiß ich gar nicht aber gut, wie geil automatisches Fahren äh, wohin geht's diesmal? nach da oh man lasst nichts liegen dann geht Kummi, Bruder okay so, los geht's kann das hier irgendwie überspringen? okay 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 Das war's für heute. Oh, wir sind gleich da. So, danach endlich wieder Jagdaufträge, Mensch. Oh, ich bin immer mit RT im Reindum, obwohl das gar nicht geht, Mensch. Gottverdammt, dieses gewöhnungsbedürftige Ding immer. So, danach aber endlich die Jagdaufträge. Ach, nicht schon wieder. Lange geht sie mir auf den Weg. Klappe zu, Monster-Tot. Lange, los. Er hat. Sausen. Ach Gott. Hier, Geschenk für die. Er hat voll den Lauf. So will ich ein. No. Mit Verlaub. Verdammt, Flink. Verdammt, Flink. Verdammt, Flink. Oh, ich schau. Leg los, Protok. Protok, schnell! Ha, 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 ha. Oh, ich schau. Ich schau. Ah, ha, ha, ha. Hä, ha, ha, ha. Ach, ha, 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 ha. Weihen wir uns, um was spachteln zu können. schön schön so da gibt es auch noch was zu holen da soll ich mal schnell so das ist auch das letzte was mir schon holen wo ist der wagen? da ist der wagen also auf auf zum wagen so jetzt muss ich aber alles fertig haben bin ich mir ziemlich sicher zumindest noch irgendwas? nee gut verdammt 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 verstanden da wären wir also nein, automatisches fahren äh parkplatz nein nein ja 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 so dann bräuchte ich den ganzen gefahrreihe jetzt mir nicht anzuschauen bis ich das spiel durch habe wird es noch ein paar wochen dauern glaube ich nicht ja ja ich ja ich ja Ich habe meinen ersten MI gesehen. Echt unheimlich. Willkommen. Danke. Was darf es sein? Ganz ehrlich, ich habe es irgendwie geahnt. Ich habe es irgendwie geahnt. Ich kriege eine Macke. Und nein, die Sache hole ich jetzt nicht. Da habe ich jetzt gerade keinen Bock drauf. Alle schwere Brocken. Nur auf den Level 8 mache ich. Ja, dann schaffe ich mich. Gute Wahl. Wir zählen auf euch. Danke. Heute schlage ich richtig zu. So, wenn wir gehen da hin? Auch ganz viel. Ach, ihr wollt mich doch verarschen. Ich vertrete an dem Ding vorbei? Dann mache ich es anders. Also, wenn ich schon an dem Ding vorbeifahren kann, kann ich auch direkt da hinfahren erstmal. Lasst nichts liegen. Okay. Los geht's. Komm mal, fliegen wir zu, kommen wir nicht. Okay. Gehen wir zu Fuß weiter. Platz auf, Opa und Großvater. Perfekt. Grünes Heißmann gefunden. So, dann geht's jetzt weiter. So, dann wäschen. Automatisches Fahren. Aufgang, Ziel. Ja. Halt. Lass nichts liegen. Okay. Ignis, halt mal an. Verstanden. Automatisches Fahren. Karte. Jetzt zeig ich es ihm selber an, wo er hinfahren soll, du Arsch. Fahr. Also, dann, los geht's. Ja, alles klar. Mal gucken, ob ich den Kampf überleben werde. Oh, fuck, ich brauch was wir benziehen, sehe ich gerade. Da hab ich drauf geachtet. Wenn ich ehrlich bin. Das ist dieses Vieh schon wieder. Das gefällt mir gar nicht. Bis zum nächsten Mal.